Sierce Ronen konfrontiert Paul Mescal live im TV ein starkes Statement unter Männern. Die irische Schauspielerin Sierce Ronen war kürzlich zu Gast in einer Talkshow, in der sie zusammen mit ihrem Schauspielkollegen Paul Mescal über ihre jeweiligen Projekte sprach. Während des Gesprächs kamen die beiden auch auf das Thema Selbstverteidigung zu sprechen, woraufhin die Männer in der Runde anfingen, Witze darüber zu machen. Sierce Ronen ließ sich jedoch nicht von den Späßen beeindrucken und wies ihre Kollegen auf deren Privilegien hin. Sie machte deutlich, dass Frauen in der Gesellschaft oft vielmehr mit dem Thema Selbstverteidigung konfrontiert sind und es für sie keine Spaßfrage ist. Die Männer wurden plötzlich ganz kleinlaut und entschuldigten sich für ihre unbedachten Äußerungen. In den sozialen Medien wurde Sierce Ronen für ihre klaren Worte gefeiert und als Vorbild für Gleichberechtigung und Sensibilität gelobt. Es ist wichtig, dass auch in der Unterhaltungsbranche solche Themen angesprochen werden und dass Frauen wie Sierce Ronen eine Stimme haben, um auf Privilegien und Ungleichheiten hinzuweisen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.